ja leute ich weiß nicht ob das hier hochgeladen wird oder nicht ob das hier aufgenommen wird ja nicht also aufgenommen wird schon aber da war gerade die eile einmischen und ja keine ahnung ich bin ja gerade kurz vor dem event dingen näher nicht das hier das hier was nur noch eine woche am laufen ist und da ist ja dieses kampf kunstzeremonie dingen was die ganze zeit hochgehalten wird ich glaube da ist auch ein bisschen wichtig deswegen tue ich mal vorsichtshalber hat hier auf jedenfalls irgendwas instanz kommt ich glaube da hinten hat man schon luca gesehen einen der spielbar charaktere und es ist auch hier gewollt also ist das vielleicht ein bisschen auf der wichtigeren seite aber gucken wir mal was hier so passiert wenn nichts interessantes hier passiert dann ja war ich einfach auf screen aber falls irgendwie was cool ist sowieso habe ich das wesentlich aufgenommen also ich merke wir haben ein charakter aus beller bock mal hier normalerweise ein charakter vom beller bock von diesen schnee planeten meistens immer nur auf beller bock und nicht irgendwie sie man mal ihn ja ich sehe eine kamera als kopf besucht die luft oft das ist eine ganz andere bezeichnung von kamerafrau das ist eine ganz andere bezeichnende kann man nicht sagen machen wir haben war mir so hergekommen um an der kampfkunst der mund teilzunehmen er ist nämlich der champion von ihr sohn zum kampf ring auf bellerbock einige wochen zuvor in der felsen stadt bellerbock was ich denke war es ist wuuhh 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 noch nicht hat er sehr viel alter als er müssen wir ja schon wer gewinnt er hat zwei wochen später da ist aber der pokémon abgelaufen ist sich hat seinen nachnamen ist es da kam ok jepard noch nicht gerade um ein hoher kann ich war mal hinterlegt noch kohlekio und kohlekio zu sehen schau das ist auch die warte war der die 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 wir von dem vergessen hat da muss ich wortwörtlich gegen ihn kämpfen so eine minute mal kurz es hat hier auch schon mit dem streik okay mein genschen sind die leute jetzt gerade aber streiken oder habe ich irgendwie gesehen die leute tun wortwörtlich nicht Die Einige sachen synchronisieren Da habe ich noch gar nicht überprüft ich habe auch ein paar stunden ganz schön gerade aufgenommen Oder habe ich da noch nicht überprüft Eigentlich gibt es da einige sehr feinliche pausen und stille weil die englischen synchron sprechen sind wegen der jahre und soweit alles Jetzt alles von ei stimmen und so Was das spiel ein bisschen kacke macht wenn man auf englisch spielt lucky na kateri Orera was fester konto war de kochler auch sich hittionante na Sona torg du ka schorio katzbo する kim no mo yo so no kubus de buch nicht ich gegen ihn kämpfen ging er war zu kämpfen ist nämlich voll nervig solchen wehnschaften er macht mir so viel schaden er schon luka hat ja schon von zwei rock auf die feste bekommen ja klar was roboter kollege genau hier gleich ging es war auch damals ja genau da war Ich weiß nicht, dass ich das Gefühl habe. Aber wenn ich mich nicht überrascht habe, dann bin ich, was ich hier für mich? Das ist, dass ich mich selbst nicht zu denken. Aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Das war das, was ich auf jeden Fall. Das ist das, was ich, in meinem Leben noch nicht einmal zu hören. Also, wenn du mit dem Wohnen geblieben, dann kannst du dir die Fragen des Raphs finden. Ich würde mich gar nicht so hatten, dass ich mich auf seine Gebern habe, aber ich habe mich verletzt. Hinsichtlich bin ich auf den verletzt, indem ich mich auf den Weg habe, dass ich mich auf den Weg bin. Als ich nicht, das okay bin, ich weiß gar nicht von welchen planeten ja die neue karakter für planeten die sagt die sieht nicht aus wie von der logo könnte vielleicht von das ist okay voll aggressiv erwartet mal wenn er jetzt wenn er jetzt aber nicht wirklich gewesen wäre dann hätte er aber auch nicht verlassen können oder also gab ja da mit einer p na ronja er hat mich nicht richtig mitbekommen gerade irgendwie kommentiert wir sind jetzt intergalaktisch es fühlt sich ein bisschen unfair an ja nach diesen hinterwetterplaneten in diesen futuristischen planeten ja in diesem turnier teilnehmen das ist glaube ich auch ein name aus hongka impact oder oder denke ich daran was anders links er war nicht ihr kompanien christ war vor ewigkeiten das ist Ja, genau. 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 aber sonst nix ist ja vielleicht doch doch hochlagen sind schon 20 minuten cutscenes ja ich weiß nicht was der content hier ist manchmal sind halt immer so mini spiele und nicht alle davon sind irgendwie synchronisiert deswegen weiß ich nicht ob hier von alles hochladen werde wie gesagt hat sagen wir halt ein bisschen wichtig aus ich meine eine letzte große event war ihr mit märz da war so ihr trainings da fand ich jetzt ja da war jetzt auch nicht so unwichtig aber bei der weit mehr so ein filler trainings arg irgendwie so da fand ich jetzt nicht so als musste man das jetzt unbedingt hier aufnehmen so einfach viel zu viel zu aufnehmen das ist es nicht so schön, aber jetzt ist es nicht so schön, dass ich mich einfach Ich habe auch nicht gefunden. Ich habe auch keinen Schein mit den Messen. Ich habe genug Geld verdient. Ich habe mich nicht gesehen, ob ich es heute nicht um Fair untertitelt. Üading zu erinner, wie zu spüren, wenn ich mich nicht um und zu seiner Frau die Frau eine große Fische höresteam höre, dann habe ich Herrn von Herrn aus dem 440 Jahre gehe, das nur vor dem 340 Jahre. Das floss mir an. Deshalb bin ich aber nicht bewusst, dass ich in der Geschichte sprechen kann. So, ihr habt die Töne und die Töne und der Töne. ein kleines mädchen ist 300 jahre alt haus irgendwie was mit 60 dieses grüne mädchen ist grünhaarige fuchs mädchen ich habe angeblich 60 klein war die mit der ergeriert hat du bist eine kammer es ist meine eine auswärtsche zivilisation ja 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 Ja? Ja. Man muss klar, wenn ich hier, ich nehme an, die Riese Kronenspecherin hatten sie nicht bekommen oder so, keine Ahnung. Wer ist ja nächster Gegner. Ja, das ist ja ein paar Leute. Oh, das heißt, hier ist der Schlüssel der Schlüssel. Ich muss nicht erklären. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Luka auch benutzen, der kämpft mit seinen Päusten. Da sind immer coole Charaktere. Und dessen Wichtigkeit Charakter, also Charakter, äh, Schaden auf Zeit. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn nicht benutze. Und ich hab all seine Dinge ins. Eine, äh, Eidolons. Yeah. Einige Zeit später. Ah, okay. Die Musik hier. Aber ging es zu scheinen. Weit. Ja, okay. Wir gehen halt. Ich glaub nicht, dass ich einen Boss, eine Bossversion hatte. Du hast es ja. Äh, seine Stadt voller Helden. ein schneebedeckter eine schneebedeckte stadt meine faust aus stahl wird dir ins gesicht ins gesicht ich bin sein ein käsen soll ich euch mal zeigen er hat recht Das ist ein Wettbewerb. ich wollte schon sagen davon zu scheinen gibt es keine postversion wie so ein spiel war die beine weil ich auch schaffen also ich muss meine version von luker benutzen welche nicht trainiert ist ich muss dann auch machen sie ist ja ganz freundlich sehr sehr gastfreundlich und sie sind super heiß aus den honka impact wird nur so nebenbei kleine unterstützungskomitee okay die schaffer ob er will beherbergen obok singen champion annaza sie übernehmen die noch nicht nur sie übernehmen sie übernehmen sieben die kochen die in die okay aber ich habe da was ich kann ich komme gerade aus drei stunden aufnahme von genshin impact und werden das während der drei stunden gab es zwei kämpfe 2 der erste kampf kam nach 50 minuten also nebenbei weiter müssen wir kampfkünste präsentierung die unterschiedliche zahlen atmosphären punkte diesen kampf bestimmte handlungen ab um highlights aussehen um eine großmache atmosphäre okay ja ich werde schon lernen okay für gegnern schwäche buch zu meinen großmengen atmosphäre punkte zu halten okay das kann ich machen aber ich kann dieses team nehmen perlas her bei natascha okay damit er wohl einfach sein naja jetzt kommt man endlich wirklich das kampfkunst zu dir deswegen wollte er dann aufnehmen spiel hat die ganze zeit dieses kampfkunstturnier gehypt und dann kann das schwer die ganze zeit dieses kampfkunstturnier hier hoch gehalten dann kam es eigentlich gar nicht deswegen habe ich mir einfach gedacht da kommen dann gibt es auch mal auf sie doch bestimmt lustig aus stark abend ich habe gedacht ist da kam so ist auch sein name auf englisch auf deutsch macht halt ein bisschen komisch was macht ein coach während eines kampfes so ist es okay gegen so ein paar leute werde ich aber schaffen danke als kacke die schon seit ewigkeit nicht mehr genutzt habe ja ich muss ja sprechen ich kann nämlich niemanden brechen wenn man schwäche buch so ja ich weiß überlegen ich sehe da mache ich dich kaputt schwäche woche da ist es ja lieber aufwarten sollten ja dann auf dich hör auf dich ich gehe aber auf dich obwohl wie wichtig ist es dass ich schwäche buche ausführer ich weiß es nicht manchmal alle gegner haben ja schaden ja vielleicht aber ich weiß es nicht aber ich glaube dass der erste kommt so schwierig ich kann nicht nur mit sie damit also viel schwäche wie möglich ich habe uns mal verstecken woher wird der schrittschein gegner schon gedacht jetzt geht noch weiter so viel bricht so viel bruch schaden wie möglich muss ich machen alles klar naja warten 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 ja ich muss eigentlich nur die kleinen die erledigen also meine ultimate einsetzen ich werde meine ultimate einsetzen kollege wir können nicht verlieren wir haben eine p ich habe jetzt eigentlich nur ich verloren weil es ja weil ich darauf gelang ist ich muss trotzdem über die verlegen sicherlich entscheidung ich kriege wir dauern wahrscheinlich noch sehr viel schwieriger irgendwann ja wir hätten sowas von verlieren müssen eigentlich lucas da kam schon noch mehr kacke das ist so in ordnung ist irgendwie nicht normal für wollten ja Das war's. kann das zeug ein urin das bestehen der süße traum die monate und einzug aus sein gesicht wird langsam wieder rosig ich habe gedacht ihr werdet ihr gewinnen eine stunde später noch ein ziemlich schwaches thema ganz ehrlich das war nur vier sterne ganz nebenbei Also, dass man die Worte und seine Hand zu kaufen kann, die die Worte in der Zeit nicht nur in ein wenig Zeitungen wird, sondern nur da wird es, was man sich nur bei der Zeit anstellen. Aber da wird der Einworteilmhörferung nicht zu? Ich nehme mich auf den Hände und gehöre, um in den Worte zu gewinnen und zu gewinnen! Die Worteilmhörferung, Oregel, der Zählere, das andere, die in den ganzen Menschen, die Arbeit und die Verteilung, ok so wollte ich gerade schon gesagt also ich habe also getan was Ich werde auch mit ganzem Druck unterstützen! Ich werde euch ein sehr guter Coach und Torsten aufwärts sein. Und ich werde mich, dass ich ein richtiges Team verabschiedetze für eine Juste ist! Ich habe mich, dass ich über die Ruhigung des Kamerli-Kameringen bin, so ich fühle mich irgendwie. Ich bin gut, dass ich meine Situation nicht nur um. Ich werde mich über den Spieluraum empfehlen. ok kengen nichts sagt kengen sagt war das so eine videospiel serie da macht ich mit dem wettkampf regeln vertraut ja ein thema lang ist würden solche takte breite angemacht du bist ein echt profi da kannst du bestimmt aus oder sind schon etwas in jahre kommen das ist eine taktik breit ja alles klar okay das ist der zeitpreis kampf kunst der kampf konzern aber ich sehe schon bei der post da ist ja jang schicken genau ganz schön ausmachen muss man schon eine arena besiegen topaz musst du einen genügend punkt von qualifikationskämpfen verdienen ok wo die nicht beide gleichzeitig verliest da ist cool jetzt sind wir die belohnung die ich alle bekommen mit 10 erfahrungsbücher und das sind die dinger die man für fälscher braucht cool ok ich muss erst mal wieder hier als andere erledigen zeremonielle abzeichen ich weiß nicht wo ich die bekomme stimmte nämlich die kämpfe machen ne kampf um kalorifikation luka ein gegner aussuchen der ihnen gefällt dann kann ich die einfach so machen ohne und seit der enttötung sind die ultime jetzt ja nächstes mal wenn ein verbindeter sein ultimate einsatz wird seine aktion sofort ein verbindes für zwei und werden allein alle getroffenen gegner nach jedem angriff ein treffer werden mit dem die verschrocken belegt durch der gegner der stadt wird ja mal stapel war über das training im traum das hat was ich jetzt hier machen muss jetzt hier auf screen immer nehme ich an vielleicht muss hier so kämpfe auf screen machen nämlich an und wir sozusagen frei zu schalten zu können gegen sie antreten zu können da gehen wir mal rein in irgendeine gegen sie haben wir ja gerade gekämpft diese kämpfe kann ich dann wenn da jetzt hier wenn das nur kämpfe sind so normale kämpfe dann würde ich die zum beispiel auf springen machen der nächste gegner ist giga gigantus schild aus sei es doch niemand ist ein kampfname sein kann sein über die bock gibt es vierkampf die sich merkwürdige namen zulegen der name mag so heftig klingen in der arena ziert nur wahre stärker da hast du uns herausfinden ob sie stärker ist als meine eisernen fäuste kampf beginnen ja wenn das hier so was ist so random kämpfe dann kann ich ja weil er nicht dann kann ich die auf screen machen und immer nur die wichtigen kämpfe aufnehmen dafür konnte gegen gegner außer mal eine große menge atmosphäre punkte zu halten konnte also also so ja da habe ich doch die perfekten charakteren er konnte wird blades angriff mit blades angriff auch als konnte angesehen nehmen wir dann ja der gegner teilen sich ihre lpa perfekt weil man heißt satt dann gehen wir mal mit ihnen er und ihr rein wird dann noch ein konter irgendwie niemanden und hat niemanden konnte dann nehmen wir sie rein taktische entscheidungen ja ich weiß meine dinge ich weiß ich weiß da wird mir empfohlen alles klar aber natürlich sowas kämpfe sind die könnte ja auf screen machen er ist ja kein problem ist auch schade kommt zurück in einer qualifikationskampf für die stelle kampfkampf zeremonie diesen kampf uns haben wir auf der einen seite lucas stark armen und auf der anderen den eisernen schild gigantus gigantus schildes ich bin ich überträgt er wirklich ein schild der silber mädchen wachen den habe ich auf meinen frohmarkt bestanden fand da sehr gut zu meinem image passt der eisernen schild gigantus schildes ein schild ist wirklich gigantisch deshalb hast du diesen namen ausgesucht irgendwie schräg stimmt ist das nicht genial fangen wir noch mal mit dem kampf an ja die kämpfe kann ich ja oft gemacht und ja also den kampf gibt es da im biller bock da muss man gegen fünf von diesen typen kämpfen das ist ein optionaler kampf den man machen kann ja ich habe euch die falschen gegner auf genau die greifen einmal an dann konnte und er konnte hat mich selbst und ich konnte sein kontakt was so stämlich ist nicht überhaupt alle jetzt hier angreifen ja will ich dir jetzt alle angreifen die werden mich alle kontern lasst mich mal gucken okay hat sie ihr ultimate nein danke weil die gegner teilen sich ja ihre dinge schnell aber dich mal ich weiß nicht ob das auch sehr als kontakt da aber hat er ewig da war ich kann neben dem schnell genug die dinger aktivieren weil mit jenen angestunden sind auch wieder ihr ding sie aufhören da komme ich hinterher da habe ich doch gar nicht hinterher mein gott allein deswegen wollte kämpfen schon auf screen ja viel zu lange dauern ja aber ich bekomme gerade punkte ich habe mich vielleicht auf eine person konzentrieren mit schilder zu ballern jetzt die mal punkte ich habe nur auf klarer los keine güte ein gott dämlicher kampf ja soweit ja war das ding voll haben welche gewinnen und der kampf noch ewig ich habe ein ganzes jahr damit verbracht mein image als gigantes schildes auszutüfteln und dafür zu sorgen dass mein training und dafür mein training geopfer und ich fasse es nicht ich habe gegen einen eisernen trotzdem verloren als ich lieber mit den trägern stand mit den lahmen wortspielen beschäftigt du vielleicht gewonnen aber da hätte ich mir niemals so ein einprägsames wirkungsvolles image arbeiten können was jetzt mit stadt was sitzen mir starke freust wenn ich mich nicht damit erfolgreich vermarkten kann denn einfluss der medien ist ein wohlhabender welten wie der wie der dahin einfach so groß da können die menschen auf solchen dumme ideen auch nicht mit solchen namens sprüchen hohe phrasen und den image zu beschäftigen trainer hat und kämpfen noch härter damit die leute von ganz allein deinen namen merken in meiner einmal bin ich ein star vertrauen der kumpel so ein halb schnell ab als man denkt wer sich aber mit den eigenen fäusten den namen arbeitet dem ist ewiger rom sicher aber was für eine tolle rede der gewinne dieses kampf ist es lukas stark arm ok ja da muss ich in einer kampf machen ein siegleicher abschluss für den ersten qualifikation 20 40 lukas gar nicht schlecht ich komme mir so langsam mit schwung dann ist der wie ist der trainer zu wie ist das trainer zu sein ziemlich entspannt sprachen wie legendär gletschische baseball nehmen kurz zu einfach schnauze vor sein in der launch können wir unsere taktik direkt überlegen welche gegner wir uns als nächstes vornehmen richtig so ich habe gerade den lauf also muss ich dranbleiben noch mehr sie gibt es sich an einige zeit später so direkt wir ja gar nicht so viele kämpfe land da habe ich hier bekommen den ganz anders hat eiland warte mal ich krieg mehrere eiland für märz dafür ich krieg nur 12 aber ich krieg alle eiland für sie geil kann man sie ja nur so hoch geil war schön natürlich alle eiland für sie sehr geil alternative talent stufe ich nehme an wir haben noch zeit wenn man topaz war nächstes mal so wieder ausschaut weil ich möchte kämpfe auch und screen mal gucken gehen nachdem wie lange die dauern so reiner jetzt gegner ist fantastische pflanzenwesen wo sie zu finden sind wahrscheinlich eine ganz spezielle gestalt sein wenn ich mir recht überlege gibt es unsere heimat nur wenig grün aber hier auf der lobe wuchs hat überall im fantastische pflanzenwelt da sind die pflanzen auf dem foto dieser teilnehmerin nicht ein bisschen zu fantastisch müssen gras tatschen sieht das nicht nach mara aus keine sorge organisation komitee schau das organisations komitee hat mir eine anmerkung versehen nach genauer prüfung hat das team die kräfte ist schöpfer aus der plagen nicht eingesetzt also sicher regelmäßig rechtsmäßig und entspricht den bewerb wettbewerbsregeln pflanzen kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus mir daumen dass wir diesen kampf gut über die bühne geht so warte mal in ihr besiegel gegner um eine großmenge an atmosphären punkte zu halten okay besiegel gegner da wird ja immer hier schon mal empfohlen siege gegner härter wird empfohlen dann immer mal ja damit eine folge angefordert alles klar dann nehme ich mal sie sie hat auch folge angefordert man folge an dem team nehme ich an und ein team das öfter angreift meine taktik wird empfohlen die links wird vorausgezogen genau da hab ich sprechen ja habt ihr windschwächen aber ja ihr ultimate ist dafür gut willkommen zurück in die arena der qualifikationskämpfe ist der lager kam mit diesem erfährt haben wir auf unserer seite luka stark haben und zu anderen fantastische pflanzwesen wo sie zu finden sind auf den organisations komitee nutzt pflanz fantastische pflanzen wesen wo sie zu finden sind weder die kräfte schöpfer der plagen noch sind sie formale feiern sieht so aus wenn sie von seiner macht beeinflusst also keine große sorgen genießen kampf hallo deine pflanzen sind wirklich hübsch nicht was man pflanzen im kampf einsetzt kann wahrscheinlich weil es da ist wo ich wohne nicht so viel grün gibt das ist nur ein harmloser scherz von dem kampf wir sind zwar gegner aber du musst doch deswegen nicht so verkrampft sein oder waren wir zu so versessen auch mit pflanzen zu sprechen bist du etwa eine pflanze ich doch so besser mensch glaube ich dass wir die preis zu sprechen haben wir jetzt kämpfen so wenn ständig erneuert ja ich muss gegner leben ich habe schon gesehen nach die dinge aber kein ding ich habe hertha hertha wird dati carry ja dann machen wir den hier okay ich muss dagegen also muss ich auf die luft wenn ich jetzt hier mehr kräfte dann würde das jetzt unendlich mal angreifen er ist ja unendliche angriff hertha jetzt mal angreift wenn die hälfte der ap der gegner unter 50 prozent sind also wenn ich gegner angreifen die unter 50 prozent sind und himmel greift immer an wenn die schwächen von gegnern gebrochen werden vielleicht mit denen kann man dann unendlich angriff herketten so robin was was ja 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 ich bin so müsste es merken an ich 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 mit der musik die musik zu erinnern wenn man robins ultimate ist so ein geiler effekt also jetzt veröffentlicht bekommen ich mache es noch von hertha also die die sich die ganze einem drehen ist wurde irgendwie vor kurzem irgendwie die echte form irgendwie gelegt nicht gelegt aber so geteased irgendwie als martin wieso so ein bisschen die silhouette von ihr gesehen wie sie in echt aussieht nicht nur weil die puppe als marionette da war ziemlich chillig ich habe den kampf viel dazugelernt werde gedacht dass seine pflanzen eine solche verwüstung anrichten kann wird sich wohl komplett integrieren was wir sagen pflanzen können nicht sprechen dann lässt sich halt nichts ändern na schön hoffentlich geht dein wunsch irgendwann in erfüllung und verwalt sich bald in eine pflanze mein lieber zuschauer freunde meine lieben zuschauer freunde schnell verteilt euch mit euren jubeln bei für die peinliche stille bringen ich kann es einfach nicht ertragen jetzt einen kräftigen applaus von unserem besten kämpfer lucas stark arm ja das heißt nicht mag immer gegen topaz kämpfen so wie ich da jetzt verstanden habe so hier dass du wieder eine andere quest ne da müssen wir hinten okay da müssen wir als nächstes hin aber das machen wir beim nächsten mal zum taktik bei wegen belohnung und so ne boom ich werde mit topaz gleich reden oder so ne bevor der kampf beginnt das mal belohnen abholen belohnung belohnung belohnen ganz wieder muss hier wieder fahren wir allerdings hat hier boom erfahrungspunkte obwohl ich gerade keine erfahrungspunkte in irgendjemand rein baller ok cool na gut das scheint ja dann nicht so lange zu dauern wir haben jetzt irgendwie die stunde aufgenommen ja alles vorgestellt zu bekommen ich ne man von jetzt anbieter hat nicht so lange dauern aber damals topaz 23 und dann schicken mal schauen wie das abläuft gott aber ich stelle jetzt nicht so lange vorne und lucas zerstörte forst insgesamt vier mal ein ok naja meine aufnahme ok da ist auch noch mal eine aufnahme kurz mal hinter den klisten zu versuchen kengang nicht sakura kengang sakura da ist doch eine sagt diese wirklich fanservice serie diese mädchen da gibt irgendwie so ein beach beach version von irgendwie wie der live die sich alle mit wasser wasserpistolen alle abschießen im bikini sind so irgendwie eine sehr fanservice ist ein anderer event übrigens naja da muss man so rätsel muss man die ganzen rätsel liegen ja diese würfel und sohne wir haben gesagt alle rätsel durchgenommen die man vorher auf diesem planeten alle mal durchgenommen hat das ist ein schöner nostalgisch nostalgischer trip übrigens habe ich irgendwie herausgefunden dass die irgendwie jetzt ja so ein typischer genshin würde so weit hast du die machen moment da ist also eine meme weil es weil sie sendet so ein zero und hanker ist da will die ganze zeit irgendwie funktionen und mechaniken einführen die genshin immer noch nicht eingeführt hat nach drei jahren oder vier jahren deswegen gibt es halt diese mien so genshin kunden und wir haben da gibt es schon wieder so einen typischen genshin kunden der war moment und zwar haben sie nämlich vor die ganzen event waffen die man jemals in diesem spiel freischalten konnte irgendwann mal hier kaufbar zu machen was mich ziemlich gut finde mir persönlich bringt das nichts weil ich habe jedes event gespielt und ich habe auch jede event waffe ich habe zum beispiel hier da hat hier das hatten wir mal irgendwie mal in pinaconi da war eine event waffe die man kurze zeit freischalten konnte dann gibt es hier von silberwolf da war das erste event wo ist ja das hat es die erste event war für die man freischalten konnte weil die silberwolf im ersten event dabei war und ja diese ganzen waffen kann man sich jetzt irgendwann später noch mal holen was ziemlich geil ist mir gesagt mir persönlich bringen da nichts ich habe alle events gespielt ich habe alle waffen maximal hochgeballert bekommen deswegen bringt mir ziemlich nichts aber ich finde trotzdem geil hat ja drei eingebaut haben ich wünsche mir hat würden die in genshin impact auch mal machen dass die wesens irgendwie auf irgendeine weise kaufen kannst oder so selbst wenn irgendwie in game real life geld oder so reinpacken können es nicht weil es gab so viele waffen die ich über drei vier jahren verpasst habe und ich werde die nie wieder bekommen weil die events nie rerun und ja das wäre so ein typischer genshin kundener momenten packt schon wieder eine mechanik rein die einfach wieder irgendwie ganz schön voll peinlich darstellen lässt die ich will ich will noch mal andeuten dieses spiel hier ist ein bisschen länger als nur ein jahr draußen gen ist seit vier jahren draußen und die haben immer noch nicht so und dieses spiel bringt nach einem jahr mehr mechaniken mehr spielmodi mehr alles heraus mehr charaktere als genshin es wird immer mehr peinlicher was genshin angeht aber so ist so gut event sieht ziemlich wichtig und witzig aus ich wollte eigentlich witzig sagen und dann habe ich wichtig gesagt deswegen würde ich sagen wir machen das thema auch noch ne ich muss halt nur schnell machen weil in fünf tagen läuft ab und ja aber es ist glaube ich jetzt nicht so ein krasse problem ich werde jetzt hier nicht ich glaube jetzt hat das so lange dauern wird ne gut dann sage ich danke schön für zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten fall über eine von hongkei star event weiterspielen ich finde es lustig mach mal einfach weiter ne gott dank schon für zuschauen und na doch nicht so schlimm tschüss